RTL Super Movie. Sie hat eine Mission. Ich muss Großmutters Apfelbäume retten. Und ein Konzept. Wenn wir Kuchen verkaufen, der aus unseren Äpfeln gebracht ist, haben wir eine echte Chance. Klingt ziemlich ambitioniert. Dann wirst du sicher meine Hilfe brauchen. Nur für die Liebe hat sie kein Rezept. Ich brauch keine Hilfe. Sonst du doch? Tue ich nicht. Sweet As Pie. Dienstag, 20.15 Uhr. Und vorab streamen auf RTL Plus. Und vorab streamen auf RTL Plus.